Läuft bei ihm die Zeit runter? Nein, noch nicht. Ja? Auf diese Shotgun ist Verlass. Also wahrscheinlich wird es dann eh gleich... Ach, jetzt läuft die Zeit runter. Ja, jetzt. 3, 2, 1... Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde TTT mit den gleichen Leuten aus der letzten Folge. Wir sind leider nur zu fünft, haben aber trotzdem zwei Traitor. Und wir spielen auf der Map... Äh... Cluedo irgendwas. Also es gibt noch eine zweite, aber... Wir spielen auf der hier. Ja. Immer auf die gleiche Mannschaft. Ja, die gleiche Mannschaft. Der Semyon, der Eco, der Julius und der Christian. Ah! Christian! Sauhaufen! Äh... Nein, hab ich... Bei Juli! Äh... 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 Ach ne, hab ich... Ja, kriegst ein Disco hinterher geworfen. Au! Ja, du bist doch Traitor, Junge! Äh, nein! Heilig! Nein! Ja, Jun! Alter! Nein! Nein! Doch! Hä? Nice! Ich bin doch kein Traitor, Julius! Was erwartest du von mir? Hä? Was willst du von mir? Ich war doch kein Traitor! Er warst du wirklich nicht? Doch! Er hat mich erschossen! Ja! Ja eben! Du hast nichts dagegen machen können, Julius! Du bist einfach schlecht! Ich konnte nichts machen! Ja, eben! Du wirst jetzt für immer Schuldgefühle haben! Schön! Eco, Eco, dreh ich mal um! Bump! Bumbe! Nein! Nein! Oh! Durch den Screenshot machen und eher so ein Flammengeber aus, ey! Alter! Oh, Flammen! Oh, habt ihr schon die fliegende Türme hier oben gesehen? Nee! Ja! Ich meine nicht, ich habe mich auf dem Direktor gespawnt! Ey, es ist auch... Hier gibt es irgendwie keine Shotgun, sowas, und ich so häufig auch! Eskaliert er in seiner Bude! Oh, Eco! Wer sind hier drin? Ja, ist er... Eco! Also, ich habe meine Standard Shotgun jetzt! Los, lass Billiard spielen! Ja, warte mal, was ist denn? Das... Das war doch hier irgendwo, ne? Alter! Alter! Ich wollte nur durch die Tür! Du hast mich getroffen! Was? Ich habe dich doch nicht getroffen! Warte! Nee! Hallo, Leute! Werde dich trinken! Das... Ja, wuh! Darf ich dich einmal hauen? Nein, aua! Nein, nein, aua! Einmal... Einmal... Der will nicht liegen, der will nicht liegen! Alter! Sorry, ich wollte eigentlich die Tür zumachen! Wo ist das jetzt? Oh, da ist es auch... Oh, er ist da! Da ist es! Können Sie runter das Regat... Achtung! Oh! Oh! Da können Sie ja haben! Christian hat Samion hier kaputt gemacht! Ich bin proven! Ever-Trader! Wo, 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 wo? Wo, wo, wo? Okay, Eco! Können Sie... Ich ver... Na, ich sei... Ja, hätte von draußen sowieso nicht... Wollt ihr nicht sagen... Und ich habe hier angeschossen! Und muss es... Entweder nochmal... Oh! Soll du, Julius! Alter, hast du nicht Zeit vor, dass du mich nicht getroffen hast, ey! Ja, ich dachte, du bist Eco! Ja, warte mal... Aber geh mal weg, ich hau da jetzt eine In-City-Rune rein! Also, Julius, du solltest da jetzt weggehen! Aaaaaaah! Ja, auch! Achtung, von mir kommt auch eine! Eco... Warte mal, du hast dir weggehauen, ne? Ja, da muss es Eco sein! Geh, Eco! Hier nicht mehr redet! Nein, ich bin tot! Nein, ich bin tot! Ah! Aaaaah Eko drehe ich mal um Hahahaha Oh nein Alter geh erst Niebz auf den Raus halt ich denk das Oh yeah Ich habe Consi von OMB gemacht. Was war das denn, Consi, Alter? Ja, da waren ein bisschen zu viele Incidaries. Christian ist rausgeflogen. Was? Ah, Kammer-Fehlermeldung und das war's dann. Kurzquizzen. Naja, komm schon wieder. Ja. Naja, die nächste Runde wird dann wahrscheinlich nur mit einem Traitor sein, außer du beeilt sich. Wie geil, ey. Ich muss nicht so andere Team kommen. So, Shotgun? Ja. Alle. Schön schön. Ins Regal reinpacken. Und Shotgun. Hey, warte mal. So, Muni dafür hier unten. Ich glaube, es gibt weitere Probleme. Was? Weiß warum. Fängt. Ja, das kann passieren. Mhm. Wenn du da schon wieder stehst, du hast zwar keine Pistole in der Hand, aber... Ja, komm, Alter. Wer ist jetzt hier noch drin? Nicht, komm, sie pisst sich. Ja, aber das macht zu. Ja, mach zu. Hä? Consi, wo bist du? Wo? Scheiße, Klommar. Kommt sie? Consi, lebt auch, oder? Consi, es ja Gott, können sie? Dank sie noch blieben. Oder hinten in dieser Lose, oder? Ja, ich wollte. Was tut die Pistole weg, Alter? Ich hab jetzt Paras vor dir. Wollen wir mal, ist ein Heller, kann. So, haben wir hier. Ein Traitor, ne? Ego gibt noch. Ego gibt es jetzt noch nichts gesagt. Ja. Im Keller. War schon was. Jetzt kommt er, ne? Ja. Wenn so ein Traitor geht, dann ist er doch mal so. Ey, das sind sein Mikros, glaubt, ne? Immer noch Consi, hä? Consi, ich kann doch gehen. Hast du auch nicht so einen Schatten gewesen, grad? Ah, da kann sie. Hallo, Ego. So. Hö. Er schießt ein Sofa durch die Gegend. Ey, lol. Das ist kaputt. Was, was mein Sofa zerstört? Hö. Alter. Hallo, das ist Emian. Hallo, Ego. Hallo, Ego. Hallo, Ego. Oh, Juni, Alter. Juni, das hört sich ja vor mir, oder? Ach, komm, sie läuft weg, ist schön. Hallo, ihr habt ein Eich in der Hand. Wer? Ach, ne, das ist ein Shotgun. Ey. Kannst du doch ein Messer von einer Shotgun unterscheiden? Ja, aus der Ferne. Ja. Juni. Bist du im Auge? Also nur so. Ey. Hey, Ego. Hey, Ego. Kommen Sie die extra Wanne, oder? Was? Wir hatten wir noch, oder? Hülle, gehst du hoch. Ja, ich geh weg. Ich geh auf den Frischdruck. Tschüss. Ey, da wollte ich gerade hin. Ja. Ich geh da drin, wirst du weggeben, mach da mal auf. Ach so, Ego ist weggegangen. Hä? Geht doch auf alle. Hm, na ja. Da ist ein Gang. Viel Spaß. Da brauchst du nicht. Lebt es Ego noch? Ego lebt noch. Ja, Ego ist da reingegangen, nämlich. Ja, ich weiß noch nicht mehr, wo der Ausgang ist von dem Ding. Ja, Semyon kriegt mir nach. Ja, du musst doch nicht anders hin, Alter. Mein Rückenklipp nach so einem Video. Ego, warum bist du gehört eigentlich? Weil ich vom Balkon gefallen bin. Natürlich. Folgt mir, folgt mir. Natürlich. Ego hat gerade irgendwas gekauft. Der hat eine Skiart-Bombe gekauft, ganz ehrlich. Ohlalala. Ja, lalala. Ich mach, ich mach Ego weg. Ah. Lol. Äh, darf ich? Ja. Ja, er kann ja nur in uns Set gewesen sein, sonst wäre die Runde vorbei. Mach mich. Alter, Semyon. Du's. Näh. Ist das da ernst, Alter? Warum? Er hat überhaupt keine Anstehende von sonst irgendwas gemacht, Alter. Du warst, du bist stehen geblieben und dann bist du dahinter gelaufen. Ich dachte, du hast gekauft. Hey, ich bin stehen geblieben, ja und? Ja, pfff. Ich bin die ganze Zeit nie bei euch gewesen und nur durch meine Gange gekauft. Da kommt der Welt. So, der will noch hängen, hier, der da hier, so, hier. Und in die Ecke mit dir. Alter. Oh, hast du mich dann hingehängt? Achter. Da, weiter vorne. Und hier. Ich krieg's da nicht raus, Alter. 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 Doch, ich krieg's da nicht raus. Nein. Nein. Ich war noch mit meinem Zeh im Loch. Was? Mit einem Zeh im Loch? Was? Was hast du gerade gesagt? Nein. Ich krieg's, Alter. So, wen haben wir denn hier? Da, hier. Jo. Eko soll ich dir ne, so ne, so ne Vase mitbringen, so mit so ner Blume, so ein Topf. Ja. So ein Topfartiges Teil. So, dann haben wir hier. Nein, nein. Oh, Christian ist wieder da. Nein, nein. Nein, nein, nein. Alles in Ordnung. So. Ist die Scheibe ich eigentlich standardmäßig kaputt, Eko? Ja, was? Ist die standardmäßig kaputt oder hat die eine eingeballert? Die hab ich, die hab ich zerstört. Hm. Der randaliert immer. Nochmal. Eko, schau mal. Glaubst du, ich bin Trader? Oh, ne, der ist, ne, hm, Scheiße. C4 gewertet worden. Ich hab dich jetzt die ganze Zeit angeschaut. Jo. War ich jetzt so? Äh, Rot, Gelb, Blau, Scheiße, was soll ich durchschneiden? Was? Was? Oh, lol. Äh, Alter. Äh. Das war der Falsche. Schätzungsweise, ja. Warte mal, hier könnt's. Äh. Oh, lol. Der ist von, der ist von hier. Hier ist die Bombe. Guck mal her. Hier ist die Bombe explodiert. Da ans Fenster geklatscht. Klatsch. Oh, was war der denn? Naja, logischerweise innocent. Hey! Was willst du denn von mir? Ich will hier rein. Oh. Läuft bei ihm. Und nein, wir haben noch zwei Traitor, ne? Ich tippe mal auf, ja. Hm. Consi, bist du Traitor? Alter! Consi! Scheiß, doch die Wand an, ey. Ah! Was? Hä? Samion! Gut, Consi. Ja, gell? Ja, das ist Eko und du Töter. Hab ich gut kombiniert, ne? Ja, ne, ne, ne. Aber die Bombe war schön, vor allem Christian. Du hättest ihn nicht mal defusen müssen. Ah, wie der geflogen ist. Ich hab's zwar nicht gesehen, aber es muss total schön ausgesehen haben. Ich glaub, der ist unten im Gang. Ich hab keinen. Oder da. Tue ich das, ja? Ja. Hau mal nach. Eko, gehst du mit? Ich trau mich nicht allein. Wo bist du? Richtung Gang unterwegs. Am Ende des Ganges quasi. Oh, da ist er. Der ist in dem Zimmer, wo Christian gestorben ist. Alter. Hey, ey. Tarnung aktiviert. Ja, aber so ein Sofa damit. Hä? Warum lacht ihr? Das ist unfair. Ich schau da hin und auf einmal steht so im Sofa mit dem Aufgang, Alter. Ich schau da hin, Eko kommt und auf einmal so ein dickes Sofa da, Alter. Ja, wo ist der denn jetzt? Weg. Scheiße. Hey, geh da weg. Du hast mir Schaden gemacht, du blödes Sofa. Hättest du die Ehre da von mir runter zu gehen? Ich werde ich können. Du bist so ein Idiot. Warte, du rutscht in Richtung weg. Nein! Verdammt! Verdammt! Ach, scheiße! Mann, Eko, du bist so ein Idiot! Was, was? Was ist das denn mit euch, Alter? Oh, ich kann mich als Sofa verkleiden. Ich hasse dich, ich will nie wieder mit dir spielen, Eko. Wegen dir hat Julius schon 31 Punkte, Alter. Aber ich bin im Sofa. Wow! Oh Mann, und ich hab am zweitmeisten Punkte, also... Neun. Ich hab mehr als du. Ja, das kriegen wir noch hin. Und das, obwohl ich nur im Sofa war. Mein Gott. Alter, 31 ist schon. Häftig. Aber wenn ihr auch so einen Scheiß da macht, Alter. Also Eko, also ich beziehe es euch mal auf Eko, ne? Konstituierte mich wahrscheinlich jetzt instant. Ja, das bringt mir nur nicht viel. Aber ja, ich werde es tun. Nein, wirst du nicht. Halt die Tür auf Eko. Äh, ich hänge fest. Könntest du das Sofa wegräumen? Konzi, geh weg. Konzi, verpiss dich. Ah, danke. Tschüss. Tür zu. Sie kommt... Geh weg. Woah! Geh weg. Tschüss. Ah, Gott. Halt. Hört er auf? Alter, diese Tür. Was ist denn jetzt? Wo ist Semyon? Christian, wieso hast du da eine Granate reingeworfen? Ja, ich bin hier. Ja? Aus dem Bunker. Ja, ich bin hier. Aha, wer ist gestorben? Christian, war Traitor. Wollte mich töten. Was? Hat er in Cedaria auf mich geworfen. Lol. Jo, Eko. Eko, geh weg von mir. Semyon. Ja? Was war das denn? Konzi? Eko, Eko. Semyon, es ist ja dann gerade Konzi. Hä? Nichts gemacht, Alter. Ach, da steht er ja. Ah! Nein! Neu! Oh, sorry, Alter. Ich dachte, das ist Semyon, der hinten steht. Ich schau wieder, Alter. Ja, da hast du acht Punkte weniger, Julius. Nee, stimmt gar nicht. Alter, ich dachte, das ist... Was? Oh, ich war zum zweiten Mal, Alter. Es war klar, dass... Ich dachte, dass es Semyon da hinten ist, weil... Wenn Eko vorne reingeht, sollte er eher vorne stehen. Ach, du hast auf mich geschossen? Oh, Mann. Ja, ich habe dir... Ich habe dich gedötet. Es Konzi. Nein, Nicola. Alter, Semyon, ich vertraue dir nie wieder. Gar nicht. Ich schieße dich über den Haufen, wenn du mir zu nahe kommst. Haha. Oh, Mann. Ich hatte die ganze Zeit alles Prop berg, ja. Ich schieße nicht, wie man da rauskommt, Alter. Ich konnte mich nicht bewegen die ganze Zeit. Wer skaliert da gerade so hart? Ist ja... Ne, Eko. Boah, Alter, Eko, wenn du mich jetzt getroffen hättest. Ja. Junge, Junge. Ich hätte gerne eine andere Waffe. Hallo, Juli! Hallo, Juli! immer dieser Semyon oder? immer dieser Semyon sorry ich wollte die Shotgun eigentlich wo ist ihn hier? wer ist da? den hab ich jetzt am Arsch weh? achso hallo Konsi Semyon wenigstens dreht er jetzt um oh kann ich hoch klicken ja jo hey geht Eko verpiss dich Konsi hat mich jetzt durch Schaden gemacht ähm ich möchte ja nix sagen aber Alter Konsi töte mich ja Eko ist es der hat Molotow geworfen ich bin mit Alter Juli Alter ey wie scheiße gehst du raus an ich geh ja raus an wer wer jetzt? geh du ins Grab was sind das hier? wow alter Semyon ja 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 hat er das gesagt? ich hab überhaupt nichts hier liegen zwei Leichen Alter hör auf ich bin die Einzigen die übrig sind Alter hör auf ich bin die Einzigen die übrig sind ich bin die Einzigen die Allianz dann lass den mal hoch ja wo ist er? jetzt hab ich's verspielen er ist hier irgendwo reingelaufen komm mal mit komm hier mit hier komm mal hier hier irgendwo Alter da warst du durch? komm mal hier komm mal hier jetzt sind wir wieder draußen ja ey ich glaube hm hey wo ist der? warte in Norafilmen trennen die sich auch immer ich geh nach links und du gehst nach rechts ey warte ich weiß nicht wo du bist seh ich nicht bist du rein und runter gegangen? ne achso warte ich bin grad ey wir verraten grad so unsere Position ja wo gehst du hin? ok wir bleiben jetzt am Friedhof Juli ja ok 5 5 5 5 5 5 6 5 6 5 6 10 Ah, Juli, du Sau, Alter! Oh, ja, oh, ja! Wann hast du von mir eigentlich keinen Schaden bekommen? Ich glaube, du hast mich nicht ansatzweise getroffen, alter, nein! Das kann nicht sein, du standest vor mir, ich hab voll auf dich geschossen! Alter! Was gibt's denn da? Hat der scharst die Sau? Ich hab volles Elfenfahr! Eko, Nzi, was war bei euch bitte los? Ich hab Eko mit der Pistol abgeschossen, er ist rückwärts gelaufen, hat sich nebenher nen Molotow gekauft und hat mir volle Möhre ins Gesicht geworfen, aber gleichzeitig ist er noch verbrannt. Oh, aber ja, hier ist Folgendingsbums Ende. Folgendende, ja! Ja, herzlichstern Dank zum Zuschauen! War auf jeden Fall ne lustige Runde, alter! Lustige Runde, ja! Jetzt spielen wir noch Teendroom und dann gehen wir alle schlafen! Ja, das find auch geil! Ja, keine Ahnung! Hä? Ich hab morgen wieder Fahrschule! Ach, viel Spaß! Ja, danke! So, äh, schön kommentieren und Dinge tun! Bis zur nächsten Folge! Tschüss! 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 es wird encuentro cosa, Vielen Dank.